Die Spurenlage vielleicht zu sichern. Da traue ich niemanden. Willst du deine Erinnerungen auch beweisen? Nein, das geht natürlich auch nicht auf den Gehalt der Beweiskraft ansprechen. Aber willst du denn andere beweisen, dass du da? Ja, angeben vielleicht. Machen Sie Beweisfotos mit dem Handy auf der Arbeit? Ja, auf jeden Fall. Und das sind auch Beweise. Gab es da schon mal Probleme? Nein. Also das Foto gilt als Beweismittel. Vor Gericht. Glaubt ihr Pressefotos? Nein. Oder nur Teilweise? Aus welchem Bereich? Zum Beispiel? Es gibt ja die seriösen Zeitungen, die Spiegel oder was auch immer. Da kann man schon Glauben checken. Aber wenn es dann in der Bild ist, dann bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Und zum Beispiel, wenn man eine Bildbearbeitung macht oder so? Ich finde, bearbeitete Bilder erkennt man irgendwie immer ein bisschen. Es gibt ja auch dieses schöne Bild, wo ein Kind angeblich einen Bären erlegt haben soll. Weil sowas kann ja nicht stimmen. Also, finde man erkennt es irgendwie. Oh Gott!